Was ist das coolste für mich? Im Fahrradlager, die Stimmung, meine Partie, wenn das alles passt, das Zurücküberfahren, die Stimmung auf der Strecke, die Leute, das ist einfach, das ist unglaublich. Und natürlich das Aufbefahren im nächsten Gang, im nächsten Gang, Kurven auch bremsen, das ist einfach, das ist unglaublich, das ist unbeschreiblich. Aber das ganze Paket ist perfekt. Die Leute kommen so, da kannst du mit den Leuten tratschen, mit den Fans, das kann man um nichts Geld kaufen. Das ist einfach so, das ist nur cool. Das beeindruckendste Erlebnis, boah, da gibt es einen Haufen, da gibt es einen Haufen. Also wie gesagt, absolut einmal das Zurücküberfahren, die Rückführung mit den Zuschauern. Wenn sie die alle anfeuern beim Oberfahren, wenn sie die alle einklatschen, das ist einmal richtig, das ist einmal richtig das Schärfste. Das ist der Lohn für die ganze Mühe, was du gehabt hast, das ist richtig geil. Wir sind vor zwei Jahren relativ stark gefahren, da hat alles passt. Da haben wir in Sekoberg gewonnen, da haben wir auf ein paar Rennen gewonnen, in Italien haben wir eins unten. Also das ist dann schon sehr erhebend. Und vor allem für die ganze Partie ist das, das ist der Lohn einfach. Das ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, im 98er Jahr sind wir irgendwann einmal mit einer damaligen Freundin in ihrem Golf einen Autoslalom gefahren, ohne dass sie es gewusst hat. Wenn wir einfach in den Golf rausgehen, haben wir gehört auf einen Slalom und da sind wir mitgefahren. Das ist gar nicht gewusst bis auf die Nacht. Ja, so sukzessive, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, ohne das Auto, besseres Auto, so haben wir angefangen. In der Familie hat sie sich immer irgendwie am Auto getraut. Immer. Der Vater ist immer irgendwie in Audi gefahren, die Mama hat immer irgendwie einen Golf gehabt. Wir haben immer so übergeschraubt bei den Autos ein bisschen. Dann habe ich irgendwann Mechaniker gelernt. Dann bleibt ja nichts mehr anders übrig. Also, ich bin der Karl Werner, komme aus Langenwang, das ist in der Steuermark. Ich bin Mütztal. Ich bin ein 76er Bauer, habe Mechaniker gelernt und bin jetzt Werksarbeiter bei der Föst. Inzwischen haben wir es in der Föst, ich bin bei der Föst Werksarbeiter. Okay. Und wenn ich nicht gerade in die Schicht gehe, bin ich bei meinem Rennauto mit meinen Haaren. Viel was anderes gibt es nicht. Ein bisschen Familie. Einmal im Jahr Urlaub. Für uns sind die Rennwochen eigentlich Urlaubs. So wie Rechberg, die internationalen Sachen, was nicht Stress in der Früh, das ist für uns eigentlich der Urlaub. Ja schon, ja. Ganz so lange macht die Familie tippitopp mit. Da passt alles, das greift alles vorne ins andere. Also das ist schon spitze. Das ist natürlich super. Ja, absolut. Absolut. Sonst geht das eh nicht. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da waren wir aber schon gut dabei. Am Ballerberg sind wir eigentlich zweiter geworden. Das war dann schon richtig gut. Also es geht aufwärts. Der Trend geht aufwärts. Das Problem haut uns jetzt natürlich wieder zurück. Aber wir gehen mal prinzipiell nicht auf. Das ist einmal fix. Das wird immer weiter gehen. Und es schaut nicht schlecht aus. Also wir werden da immer ein bisschen schneller. Also das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Was halt unser Budget zuletzt, nicht? Ja, klar. Ja, klar. Äh... Bergeralick gehabt. Ein einsamer Picken auf der Tür. Also Stadt Nummer eins. Das ist das erklärte Ziel von uns. Auf das arbeiten wir halt irgendwie hin nicht. Okay. Ja. Ja. Ja, auf alle Fälle. Das probieren wir halt nicht. Ja, das ist halt sehr von guter Weg, nicht? Ja, zweiter waren wir schon mal. Ein zweiter Mal schon mal Picken gehabt. Dann haben wir eine Saisonweigel nachgelassen. War halt einfach... Mal den Klo auf den Gas, nicht? Dann sind wir gleich dritter geworden. Wirst du einmal nichts tun, bist sowieso vorbei. Und heute haben wir wieder alles zusammengearbeitet, zusammengekratzt. Weißt du? Haben wir wieder investiert, nicht? Und jetzt schauen wir... Wir helfen halt nicht. Also das Niveau ist einmal prinzipiell extrem hoch geworden in die letzten paar Jahre. Wir kriegen das selber gar nicht mit. Wir fahren das, was du von außen hörst oder ohne Rennserien hörst nicht. Also wir können das gar nicht so richtig sagen, aber anscheinend ist es auch nicht. Wir sind auch relativ schnell bei der ganzen Geschichte, nicht? Alle generell? Ja. Es wird immer schneller. Ja, es wird immer schneller. Ja, es wird immer schneller, ja. Technik wird auch immer... Absolut. Elektronik, Elektronik, Technik, ja. Also für Mentaltraining ist leider keine Zeit, nicht? Schraufen bis zur letzten Minuten, Handwaschen, umziehen, einsitzen und fahren, nicht? Das ist normal, nicht? Okay. Das ist der normale Vorgang bei uns. Ich kann es ja sagen, ich habe es noch nie probiert, nicht? Also wie gesagt, prinzipiell sollte man am Vorstart, Konzentration, reicht bis auf. Danke. 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 Danke für das Interview, volle Fälle. Es ist eine Ehre. Für uns klingt, dass es genauso ist. Ja, dann passt. Es freut uns. Sicher, sicher. Danke. 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 Danke.